Lebenslange Haftstrafe im Prozess um einen mutmaßlichen russischen Auftragsmord in Berlin. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Angeklagte im August 2019 einen tschetschenischstämmigen Georgier im kleinen Tiergarten erschossen hat. Die Richter erkennen zusätzlich auf die besondere Schwere der Schuld, was eine vorzeitige Haftentlassung praktisch ausschließt. Das Urteil entspricht der Forderung der Bundesanwaltschaft, die wegen der besonderen Bedeutung des Falls die Ermittlungen und die Anklage übernommen hatte. Nach Überzeugung der Behörde handelt es sich um einen Mordanschlag im Auftrag staatlicher russischer Stellen. Das Opfer kämpfte laut Bundesanwaltschaft früher als Milizenführer während des Zweiten Tschetschenienkriegs gegen Russland und wurde von russischen Sicherheitskräften als Staatsfeind betrachtet. Der Angeklagte ist demnach ein ehemaliger Oberst des russischen Geheimdienstes. Er hatte sich dem Getöteten in dem Park von hinten auf einem Fahrrad genähert und drei Schüsse abgegeben. Unmittelbar danach wurde er in der Nähe des Tatorts festgenommen. Die Tat und die Ermittlungen dazu belasten das Verhältnis zwischen Russland und Deutschland schwer. Moskau weist die Vorwürfe eines staatlichen Auftragsmords als haltlos zurück.